Im Autozentrum Saffewil werden in elf Berufsbilder lernend ausgebildet. Einer davon stellen wir dir vor. Mein Name ist Desideria Salatino, ich mache Lehre als Automobilfachfrau und bin im ersten Lehrjahr. In der Lehre als Automobilfachfrau macht man vor allem in Saisonzeiten Radwechsel und Apnoewechsel, aber sonst macht man auch Service, Grosse sowie auch Kleine oder Aktionen, z.B. eine Sitzheizung wechseln oder Türgummi. Ich habe die Lehre als Automobilfachfrau ausgewählt, weil ich mich schon immer für Autos interessiert habe. Ich bin dann schnuppern und es hat mir sehr gefallen, wie es abwitzigungsreich ist und spannend, weil man auch viel lernen kann. Am meisten hat der Beruf gefällt mir, dass man viele verschiedene Aufträge bekommt und man in einem Team arbeiten kann, wo man einfach nicht zu erlegen ist und man auch in Bewegung ist. Ich mache die Lehre bei Emil Frei, weil es ein grosser Betrieb ist und man gute Ausbildungsmöglichkeiten hat, sowie auch Weiterbildungsmöglichkeiten und man wechselt immer wieder pro Jahr an die Werkstatt, wo man verschiedene Automarken kennenlernt. Das Spannendste, was ich bis jetzt im ersten Lehrjahr machen konnte, sind der Bremsscheibenwechsel vorne und auch der Wischermotor. Bist du interessiert? Dann bewirb dich bei unserem Autozenter Safferwil. Aufwärts! Aufwärts!